Vom Kalkstaub vor letzter Woche geht es heute zu einem ganz anderen Staub, was heißt Staub natürlich nicht. Das ist immer eine richtig schöne Einleitung, sonst wirkst dir da immer einen ab. Nochmals sage ich immer herzlich willkommen zu einer Folge von Fauna Marine TV, das haben wir heute gelassen, weil ihr wisst, wer wir seid. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar, warum man Absorber und Kohle vorher aktivieren sollte. Ja, so ein bisschen vergessenes Wissen. Also alte Aquarianer wissen es eigentlich und machen das auch. Also insofern ist das überhaupt nichts Neues. Es geht nicht darum, eine Kohle zu aktivieren. Die Kohle ist aktiviert und ein Zeolit kann man nicht aktivieren. Es geht einfach darum, dass wir eine Vorbereitung machen, damit sie im Aquarium optimal eingesetzt werden können. Und die Kohlen, die wir heute verwenden, sind ja keine Kohlen, die für Wasser gemacht worden sind. Das vergessen die meisten. Das, was wir heute verwenden, sind Kohlen, die sind für die Luftreinigung gemacht, das ist in ihrer Struktur. Und werden dann nochmal behandelt, indem sie dann zum Beispiel Säure gewaschen werden, damit wir halt möglichst wenig Inhaltsstoffe ins Wasser abkriegen. Es ist auch ein, es ist immer lustig, wenn jemand zum Beispiel jetzt kommt und misst die Kohle durch und schüttet es dann ins Süßwasser, wartet und geht da hinterher hin und misst dann so die Phosphat. Du hast ja bei Korallenrefaktor ja schon so viele Tests gemacht. Aber es ist halt teilweise recht lustig, wenn man das in Süßwasser macht, weil dann findet sich tatsächlich nichts im Wasser, weil wir dann auch in der Situation haben, dass die Kohle alles, was im Wasser drin ist, rauszieht. Würdest du den Test in Meerwasser machen, hättest du genau ein Gegenteil im Effekt. Dann wirkt Kohle zum Beispiel wie auch Zeolite ein bisschen als Ionentauscher und dann siehst du, was aus der Kohle rausgenommen wird. Also zum Beispiel ist es gerade oftmals die Frage, woher kommt Barium, woher kommen bestimmte Stoffe. Es ist tatsächlich auch so, dass die Kohle durchaus einen Anteil daran hat und haben kann und es auch völlig normal ist, weil sie halt eben auch ein Naturprodukt ist. Egal wie gut man sie letztendlich reinigt tut oder macht, es ist immer ein bisschen Phosphor dabei, es sind auch immer ein paar bestimmte Stoffe dabei. Aber man kann sie eben sauber waschen und ist so gering wie möglich halten, sodass der Eintrag so gering ist, dass er eigentlich nicht messbar ist. Worum geht es jetzt beim Vorbereiten für die Aquariennutzung? Zeolite und Kohlen haben extrem große Oberflächen, die durch ihre Struktur entstehen. Poren, Mikroporen, Nanoporen, es geht bis in den Pikometerbereich rein, wahrscheinlich Subatomer, was auch immer. Auf jeden Fall ist das Ganze dann halt eben sehr groß und dementsprechend ist die Wirkung aufs Wasser. Wenn ich jetzt also möchte, dass eine, gerade im Seewasser geht es ja immer darum, dass wir ein stabiles Milieu haben. Jetzt nehme ich ein Zeolit rein und das Zeolit ist ja nicht nur dafür da, dass es Ammonium bindet, sondern es bindet auch sehr viele Spurenelemente ab. Und jetzt ist die prozentuale Veränderung eines Spurenelements, das da plötzlich weggezogen wird, extrem groß. Und das stört die Tiere. Das ist nicht gerade unbedingt was sehr Positives, sondern es ist halt einfach so, dass dann halt plötzlich schlagartig was fehlt. Das sieht man oft, wenn man zu viel Zeolit genommen hat oder es nicht richtig vorbereitet hat, dass dann am nächsten Tag die Tiere so ein bisschen gräulich sind, stumpf. So was passiert bei der Kohle auch. Und deswegen gibt es diesen schönen alten Trick, dass man Kohle aquarientauglich aktiviert, indem man es in kochendes Wasser tut oder in Wasser tut. Ich mache das meistens so, ich übergebe das gerade. Ich mache das meistens so, dass wenn ich, wir haben ja die großen Eimer, wenn jetzt also tatsächlich Kohle geliefert wird, dann schütten wir das Wasser schon in die Dose rein. Lassen es ein bisschen ziehen, also man muss den Deckel offen lassen und schütten es ein, zwei Mal ab und dann wird das in Wasser gelagert und dann kann ich es immer so verwenden, wie ich das haben möchte. Eigentlich müsste man das jetzt nochmal, ich versuche das mal zusätzlich zu filmen. Das ist immer ein schöner Effekt bei der Kohle. Ja, also bei der Kohle jetzt ganz kurz, ihr könnt jetzt ja hier sehen, also es handelt sich da um unser KPL. Wie schon gesagt, das ist also eine speziell aufbereitete Kohle, die eigentlich für die Luftreinigung vorgesehen ist. Das ist auch wichtig, weil der Prozess, also bei einer Langzeitkohle ist das ja nicht der Sinn und Zweck der Geschichte, dass das schnell geht, sondern dass es über vier Wochen funktioniert, das ganze Thema und eben langsam. Und damit man einen guten Effekt hat und damit die Tiere nicht so stark gestört werden, kommt der Ganze, kommt praktisch das ins Wasser. Und wie man schon sieht, wie das jetzt hier abgeht, das ist genau der Effekt, den ich eigentlich haben will. Ich möchte, dass die Luft aus den Poren rausgeht. Das heißt, dass die ganzen Poren sind mit Wasser gefüllt und der Austausch vom Wasser aus den Poren ist natürlich viel langsamer als der mit Luft. Das heißt, ich verringere zu Beginn die Oberfläche, die aktiv sein kann, ziemlich deutlich. Und dadurch, der Wasseraustausch in der Pore, der findet irgendwann mal statt. Aber er ist halt durch die deutlich höhere Dichte vom Wasser halt eben deutlich geringer. Und dadurch ist das Ganze viel, viel, viel feiner im Ablauf und die Korallen werden lange nicht so gestresst, wenn man denn so mit Kohle arbeitet oder wenn man Viehfische hat oder Farbstoffe oder irgendwas entsprechend viel Kohle braucht. Eine Sekunde. Damit man das auch mal mit draufkriegt. Also das ist das übliche Zwischen, wenn die Kohle... Es ist ja auch noch spannend. Man kann es, ich weiß jetzt nicht, selbst mit der Sonne sehen. Ein Teil der Kohle ist jetzt schon untergegangen. Aber es schwimmt auch immer noch ein Teil der Kohle da, die also sehr voll mit Luft ist. Und so, wenn wir jetzt einmal richtig klopfen dran, das ist dann noch richtig lustig. So, das ist also wirklich, als wenn da unten noch ein Gashahn aufdrehen würde. Die Kohlenstücke fallen später alle runter. Das heißt, wenn man also solche Schwebebettfilter nimmt oder Fließbettfilter, so wie wir sie ja auch haben, und man möchte nicht, dass die ganzen Kohlen oben dranhängen, dann macht man nach dem Kauf die Kohle in Wasser, schüttelt das ein, zweimal durch und lagert das einfach in einem Eimer unter Wasser. Und dann hat man immer die Kohle sofort zur Verfügung. Sie ist sauber, sie ist dann auch gereinigt. Und dann kann man sie dann auch praktisch so dann auch gleich wieder nehmen. Aber ich hoffe, man hat jetzt den... Es ist ja immer noch so, man sieht ja die feinen kleinen Bläschen drin, wie viel Luft da noch rauskommt. Und es dauert so etwa eine Stunde oder zwei. Mindestens, ich würde es einfach, wie gesagt, heißes Wasser rein, zweimal durch, einmal schön den Deckel drauflassen, ausschütteln, fertig. Und dasselbe gilt genauso für das Zeolid auch, weil es im Prinzip dasselbe Medium, also was eine ähnliche Wirkung hat, Bedarf hat. Bei der Kohle merkt man es halt richtig, dass es so richtig heftig zischt. Vorausgesetzt, man nimmt natürlich heißes Wasser. Und du hast eine Kohle, die auch Poren hat. Übrigens ist es auch so, eine Kohle, die einen hohen Jodwert hat, das stellt kein Qualitätsmerkmal bei. Es gibt Kohlen, die haben speziell geformte oder designte Porengrüßen, die dann für Jod zum Beispiel da wären. Das ist aber nicht, was wir wollen. Also was ich rausholen will, sind langkettige Moleküle, sind Farbstoffe, sind Phenole. Solche Dinge möchte ich rausholen und nicht unbedingt Jod, weil das ist ja das, was wir extra zugeben. Deswegen gibt es halt Kohlen, die wenig Jodwert haben, aber eben halt alle Porengrößen verteilt in der Kohle sind. Und was dann auch noch wichtig ist, ist der Ursprung der Kohle. Je älter das Material, was da genommen wird, umso weniger Phosphor oder Beistoffe sind in der Kohle drin. Allerdings ist es auch umso teuer. Also wenn es die Kohle aus Steinkohle gemacht wird oder aus Lignit, was eines der besten Kohlenmaterialien ist in der ganzen Struktur, dann kostet die Kohle immer mehr, als wenn sie zum Beispiel aus Kokosnuss oder aus frischem Holz gemacht wird, bei dem natürlich auch entsprechend sehr viel mehr an diesen biologischen Stoffen mit dabei sind, die tatsächlich dann auch dafür sorgen, dass man sehr viel Phosphor ins System reinkriegt. Also daher auch immer darauf achten, eine Lignitkohle, Steinkohle haben mit nicht zu hohem Jodwert und dann hat man auch qualitativ für das, wie wir die Kohle brauchen. Wohlgemerkt. Also für das Aquarium hat man dann eine gute Kohle. Und jetzt zu guter Letzt noch angemerkt, das hat natürlich auch einen Grund, warum wir das Zeolit und die Kohle genommen haben. Es wird von Vorna Marien immer angeraten, beides zusammen zu benutzen. Ja, das wäre, glaube ich, jetzt ein... Genau. Wobei die Kohle immer allgemein ist und natürlich das Zeolit in einem Zeolite-System, also als Systemfilterkomponente genutzt wird. Ich kann aber eigentlich jedem nur raten, man muss kein ausgeprägtes Zeolit-System fahren, um die Vorteile von Zeolit nutzen zu können. Also in einem einfachen Filter, zum Beispiel, wenn man die vierwöchig tauscht, indem ich dann zum Beispiel halbe Kohle und noch etwas Zeolit dazu nehme, diese zwei miteinander mische, da kann man durchaus die Vorteile davon nutzen, dass so ein bisschen die Spurnomentbindung rausgeht, das Wasser wird klarer, die Tiere sind, kriegen weniger Braunfärbung rein, ohne dass man jetzt noch Bakterien und solche Sachen... Also man muss es überhaupt nicht auf die Spitze treiben. Wir in der Anlage machen es ja eigentlich ähnlich. Also ich verwende ja auch in vielen Bereichen das Zeolit so, dass ich die Vorteile von der Zeolit-Filterung nutze. Da wird nicht jetzt richtig viel Kilo benutzt, sondern etwa die Hälfte der normalen Dosierung und es hat schon einen schönen Effekt und es macht dann auch echt Spaß, muss ich sagen. Herzlichen Dank. Ja, denkt dran, Kohle und Zeolite vorher immer aktivieren. Wie es geht, haben wir euch jetzt gezeigt. Ansonsten wünschen wir euch wieder mal ein schönes Wochenende. Jetzt sind sie alle unten. Genau, jetzt, wo wir fertig sind, es blubbert immer noch, also sprich, das dauert auch noch ein bisschen, bis die Kohle wirklich da durchzogen ist. Deswegen würde ich auf keinen Fall den Deckel wieder zumachen. Also, Wasser rein, den Deckel zumachen, wenn man jemanden ärgern will, macht Spaß. In dem Sinne, Happy Reefing aus Holzgerlingen von Fahner Marien, von uns, bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.